Willkommen zur allerersten Episode von Haushaltstipp mit Jonas Wagner. Ich nenne meine Erfindung Kischmaster Alpha 001 und sie darf in keinem Haushalt fehlen. Das Problem, Sie kaufen einen Kuchenteig, so, und der Kuchenteig ist rund. Sie haben ein Blech und das Blech ist eckig. Die Lösung der Kischmaster Alpha 001. Man lege den Kischmaster Alpha 001 auf das eckige Kuchenblech. Danach nehme man den Kuchenteig und lege ihn ganz einfach auf den Kischmaster 001. Der Kischmaster 001 kann mit einer gewöhnlichen Haushaltsschere jederzeit stufenlos verstellt werden, sodass sich die Größe automatisch an Ihren besonderen Teig anpasst. Den Kischmaster 001 Alpha kriegen Sie zum Aktionspreis von nur 19,99€ per E-Mail-Bestellung bei Jonas Wagner. Vielen Dank.